Ja. Ich? Ja. Sechs für zwei. Wie bitte? Sechs für zwei. Sagten Sie sechs? Ja, sechs. Stück zum Preis von zwei. Sechs für zwei. Sechs für zwei. Verzeihung, aber Sie sind ein sehr nuscheliger Dealer. Ich weiß nicht, ob das ein Sonderangebot oder ein unmoralisches Angebot ist. Nein, nein, nein. Warten Sie. Ich nehme es. Einmal sechs für zwei. Ja, sechs mit Frau oder Mann. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon, das wäre nur ein Schnäppchen.